Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin EX, hier an meiner Seite Marvin Endres. Und an meiner Seite Salim Sammatu. Große Ehre, danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Boah, letzte Woche habe ich richtig mitgenommen, über Finnland geredet. Das ist krass. Jetzt haben die sogar Indien angeboten. Es sind schon krasse Zeiten. Wie meinst du Indien angeboten? Man hat Indien angeboten, auch in die NATO aufgenommen zu werden, weil es ja perfekt passt. Die NATO wollten die auf Dings erweitern, damit man diese chinesische Russenallianz ein bisschen näher anbröckelt. Und das ist ja immer dasselbe System. Die haben ja so Streitigkeiten an der Grenze von Indien und China. Wegen diesen, an der Grenze da, Tibet, Barakadesh, ich hoffe das heißt Barakadesh. Und da geht es darum, dass die da auch schon Streitigkeiten und sogar Kriege hatten, China und Indien. Weil, wie du schon vor 18 Folgen gesagt hast, Kriege der Zukunft gehen um Wasser. Und genau da geht es darum, dass China über sehr wenig Wasserreserven verfügt. Und dann ist das so eine Option da von den Gletschern aus Indien, da so ein bisschen das Wasser wegzurippen. Und dagegen kämpfen natürlich die Inder bis zum letzten Currykorn. Und deswegen haben die jetzt die NATO den Indern das angeboten. Und wenn die dann in der NATO wären, die Inder, dann hätten die... Das heißt ja nicht umsonst in der NATO. Genau, man hat gesagt, hey, Inder, in der NATO, außer der NATO. Die sind schon im Quad, das sind die schon. Quad ist ja schon so eine Militärallianz mit Japan, Australien und Indien. Aber so hat man dann den perfekten Zwei-Fronten-Krieg. Dadurch, dass jetzt Russland schachmatt gesetzt ist mit Finnland und der NATO mehr oder weniger. Das heißt, wenn es jetzt, wie gesagt, alles natürlich ohne Nuklear-Eskalation, dann könnte man China auch von beiden Seiten so ein bisschen attackieren. Ist halt so... Genau, das hat man denen jetzt angeboten. Ich weiß nicht, ob die Inder sowas annehmen. Und die Türken haben, wenn ich das richtig verstanden habe, auch jetzt die Sanktionen eingeführt. Ja, die jetzt auch offiziell gesagt haben, hey Leute, wir sind nicht mehr dieser Zwischenhändler für Halbleiter und Parken von russischem Geld. Wir beteiligen uns jetzt an den Sanktionen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Inder beteiligen sich an russischen Sanktionen. Nicht die Inder, die Türken. Die Türken, ich dachte schon. Genau, Moment, ich gucke gerade. Weil Indien ist ja eigentlich clever, so als Schwälenland sich erstmal rauszuhalten aus allem, ne? Korrekt, ganz genau. Ja, genau. Turkey blocks transit of goods sanctioned by the EU, US to Russia. Ja, offiziell. Halt transit. Ja, die haben es geschafft. Die haben den Erdogan aufgeknackt. Genau, das heißt, der Erdogan hat jetzt alles mitgenommen, was geht. Aber glaubst du, dass das Erdbeben da eine Rolle gespielt hat in der ganzen Gleichung jetzt gerade? Weil das ist ja wirklich das Schlimmste, was ja seit Ewigkeiten passiert ist. 100.000 Tote, Millionen Obdachlose, angewiesen auf europäische Hilfen auf einmal. Voll. Oder? Voll. Voll. Weil Putin kann dir nicht viel helfen bei der aktuellen humanitären Situation, aber die Europäer schon, ne? Die sind ja darauf ausgelegt, dass sie deren System immer alle ausbeuten, bis humanitäre Hilfe gebraucht wird und dann wieder ein bisschen pampern. Das ist ja unser Europasystem, weißt du? Voll. Habe ich mir gar keinen Gedanken gehabt, aber das stimmt, du hast vollkommen recht. Natürlich hat man jetzt Türkei richtig fresh an den Eiern, weil die natürlich jetzt die ganze Zeit da natürlich gepokert haben mit, wir blockieren NATO-Eintritt von Finnland und Schweden. Und dafür gibt ihr uns, also es gibt ja noch eine Story hintendran, also Türkei ist ja unglaublich. Aber man kann auch Türkei ein bisschen verstehen. Guck mal, wir verstehen das Ganze. Wir verstehen Gastarbeiter in Katar, wir verstehen Türkei. Wir können das nachvollziehen, wir sind leider einer der wenigen, die das nachvollziehen können. Und zwar in einer Comedy-Perspektive. Ist ja immer so, du verlässt dich auf etwas, aber das Krasseste, was du in dem TV-Business oder im Entertainment kriegen kannst, ist ja ein sogenannter Exklusivvertrag. Wenn du exklusiv bist, bist du ja angekettet und wenn dann ein Angebot kommt, was besser ist, dann bist du ja erledigt. Das ist ja mehr oder weniger Exklusivvertrag. Und am Anfang deiner Comedy-Karriere kannst du dich erinnern, dass man ja den Traum hat und um auf diesen Traum hinzugehen, macht man Sachen, die du aus erfolgreicher Comedy-Perspektive als Sklaverei... Sklaverei, genau. Genau, das heißt, wenn so ein Luke Mockridge oder ein Kristall offene Bühnen angucken würde, der würde sagen, ey, das ist ganz klar Sklaverei, wir müssen die Comedy-Clubs sanktionieren. Weil diese Comedians treten da umsonst auf, im Gegenteil, die zahlen sogar noch drauf, müssen selber da hinfahren. Nee, guck mal, Chris zum Beispiel testet ja schon gern auch, weißt du? Langsam. Wir sind am Anfang der Karriere. Am Anfang. Geht sich um testen, am Anfang hast du ja kein Testen, am Anfang trittst du ja nur auf, um aufzutreten. Und da, wenn wir uns erinnern, fahren wir da teilweise 600 Kilometer, um fünf Minuten irgendwo auf eine Bühne zu gehen und kriegen keinen Cent dafür. Und aus der erfolgreichen, aus Mario Barth, Paul Pantler... Ja, von der Perspektive von mir aus, aber Chris ist ja auch den Ochsen... Also Chris und Luke sind ja diese Ochsentour noch gegangen, deswegen sind die kein gutes Beispiel, aber Mario Barth ist ein gutes Beispiel. Nein, nein, ich meine jetzt. Stand jetzt. Ich rede nicht von... Ich rede Chris Tal jetzt. Beurteilt offene Bühnen jetzt. Ohne sein, dass er das auch gemacht hat, auszublenden. Wichtig. Also, ich muss nochmal klarstellen. Das, was ich gerade vergleiche, ist, ein Comedian, der jetzt erfolgreich ist, Luke Moklic, Mario Barth, Karolin Kebikus, schauen jetzt in ihrer Villa auf diese offenen Bühnen und verlangen einen Boykott der offenen Bühnen, weil das Sklaverei ist. Ach, Quatsch. Die sind doch alle dafür, dass Kultur und Nachwuchs gefördert wird. Deswegen ist das Beispiel so beschissen. Nein, nein, nein. Wenn du ranzoomst auf Bezahlung. Ja, aber so denkt ja keiner. Ich sag ja nur, das ist... Du bist so an den Haaren herbeigezogen. Warte doch mal. Das ist weit hergeholt wie die Kinder von Madonna. Warte doch mal ganz kurz. Du fährst hin, machst etwas, wofür du Umsatz kreierst, Leuten Umsatz an der Bar, kriegst aber kein Geld dafür, was normal ist bei offenen Bühnen. Warum? Weil der Comedian einen Traum hat. Wenn wir Comedian werden, deswegen geht er da hin, bezahlt sogar dafür, dass er auf der Bühne stehen kann. Aber, das ist jetzt Kunstperspektive, Ökonomieperspektive ist, ey, du kriegst ja gar kein Geld dafür, dass er etwas macht. Sklaverei. Kann man ja so nennen. Ja, wie gesagt, ich seh da andere Aspekte, Nachwuchsförderung und so, die ist das... Boah, ich sag doch nur die BWL-Perspektive. Ich weiß, ich weiß, deswegen ist das Beispiel so beschissen, weil wir in diesem Business drin sind und ich seh das halt auch mit ganz anderen Augen, aber ich weiß, was du meinst. Wenn du jetzt nur Zahlentyp bist, sagst du, ja, die werden ausgebeutet. Und wenn du nur Zahlentyp bist. Wenn du nur Zahlentyp bist, so, das meine ich jetzt gerade mit Kreisschließen auf, ich bin irgendwo in den Slums von Bangladesch, wo jeden Morgen ich Shittaucher bin. Ich muss jeden Tag Kanalisation, den Shit mit meinen Händen und meinem Mund rausholen und woanders hinhauen. Das mach ich jeden Tag. Und wenn dann irgendwann das Angebot kommt, hey, du könntest den Traum haben eines besseren Lebens, dafür gehst du hier auf die Baustelle, kriegst aber ganz wenig Groschen. Dann ist das quasi Open Mic. Ich bin in der Scheiße am Tauchen und sag dann, ich kann hier raus, ich muss keine Scheiße mehr tauchen. Whatever it takes, brother. Ja, es ist eine Mixshow, es ist das nächste Level. Genau, das ist eine Mixshow, das ist jetzt der Katar. Und das Bittere ist jetzt, die Türkei ist jetzt in der Perspektive, dass die wissen, wenn ich einfach nur lang genug warte, Türkei ist so, der neue, wen können wir da nehmen? Nehmen wir auch Kristall. Wir sagen Kristall? Nee, Kristall ist ein kack Beispiel. Wir sagen, irgendjemand, das ist egal, ein junger, aufstrebender Künstler und er weiß, dass die ganzen Leute ... Nein, kein gutes Beispiel. Wir brauchen einen deutschen, blonden Burschen, der ein TV-Host ist. So, du meinetwegen, du. Das heißt, du ... Deutscher, blonder, bursche, ja. Bursche, genau, du. Und du weißt, wenn ich jetzt exklusiv bei SWR unterzeichne, angenommen, dann ist es cool, weil dann bin ich festgebunden, ich kann nirgends mehr anders hin für die nächsten zehn Jahre. Und wenn danach ein anderes Angebot kommt, egal, nehme ich in Kauf. Aber du weißt gleichzeitig, dass Thomas Gottschalk, Stefan Raab und alle TV-Moderatoren, die gerade da sind, alle in den nächsten drei bis vier Jahren in Rente gehen. Und dann weißt du, dass acht Moderatoren-Spots frei sind, die gefüllt werden müssen. Das heißt, unter jetzigen Bedingungen musst du Entscheidungen treffen, obwohl du weißt, dass du in vier Jahren bessere Optionen haben wirst. Das ist Türkei. Türkei weiß jetzt, okay, wir haben die jüngste Bevölkerung. In unserer Nachbarschaft sind wir die Kings. Was militärisch angeht, was ökonomisch angeht, geografisch klatschen wir alle weg. Und noch sind wir nicht die Köstlichen, aber in Europa, die ganzen Ratten gehen ja bald in Rente. Dann sind wir auch da der Hotspot. Können wir hier industrialisieren, nur jetzt sind wir am Arsch mit Inflation und diesem Ganzen. Wir haben keine Jobs, aber wir können die haben. So muss er, du kannst handeln. Deutschland ist ja mehr oder weniger auf der Schlachtbank. Jetzt weiß ich ja, wo du hin willst, das macht total Sinn. Genau, jetzt macht Sinn. Muss ich quasi entscheiden, oder schreibe ich jetzt diesen okayen Vertrag, bin exklusiv gebunden, oder halte ich es noch ein bisschen aus und bin dann der neue Thomas Gottschalk. Genau, und das ist Türkei. So kann man das alles sehen. Hast du Optionen oder hast du keine Optionen? So, und wenn du keine Optionen hast, nimmst du, was du kriegst. Ja. Aber Erdogan und Türkei im Ganzen wissen, okay, wir sind, jetzt haben wir ein Problem, aber in fünf, sechs Jahren mussten die jetzt Entscheidungen treffen. Deswegen ist das mit Russland so kompliziert bei denen gewesen, dass die gesagt haben, wir nehmen alles mit, was geht. So lange, bis die uns zwingen, etwas zu machen. Und jetzt haben die Amis und so, die gezwungen, die Banken, türkischen Banken und allen, haben dann gesagt, hey, wenn ihr jetzt noch weiter diesen Transit-Ding macht, drehen wir euch den Hahn ab. Und ob jetzt dieses Erdbeben, was das für eine Rolle spielt, das ist, das ist etwas, da habe ich mir leider keine Gedanken gemacht. Dass die sagen, hey, du brauchst so und so viel humanitäre Hilfe, sonst hast du eine humanitäre Katastrophe, was die theoretisch vielleicht die Regierung kosten könnte. Wir unterstützen dich bei allem, aber hör auf, mit Russland Sachen zu machen. Ja, also für mich erzählt sich das von selbst. Ich habe diese Bilder gesehen, ich habe Freunde, Bekannte, die so aus dieser Ecke-Harteien so kommen. Wirklich traurig, ne? Genau. Und da ist ja extrem viel europäische Hilfe fließt da rein. Wahrscheinlich noch zu wenig, man könnte noch mehr helfen, aber es fließt schon viel rein. Und ich glaube, dass das der ultimative Hebel ist, weil sie auf einmal, vorher waren sie in dieser perfekten Situation, wo denen keiner was anhaben kann, wirtschaftlich, geografisch und so, ne? Geopolitische. Wir haben darüber geredet in tausend Folgen, ne? Und dann ist dieses Erdbeben passiert, unkalkulierbar. Da gab es ja auch Verschwörungstheorien, dass das von den USA irgendwie eine unterirdische Bombe gezündet hat, die zum Erdbeben führt. So richtig verrückte Sachen hat man dazu gelesen. Dass so ein Luftballon da explodiert ist und so. Also so richtig, was ich auch menschenverachtend finde, darüber noch zu spekulieren, weil da so viele Leute gestorben sind. Das ist echt traurig. Long story short, jetzt gerade brauchen die was von Europäern. Europäer geben was. Geben uns zurück. Putin-Boykott. Also für mich erklärt sich das, das ist nur eine Theorie, aber es würde grob Sinn machen. Weißt du, was ich meine? Das war auch ehrlich gesagt der einzige Weg, wie man das hätte erreichen können, diesen Türkei-Boykott auf russischer Seite herbeizuführen. Das war eigentlich der einzige Weg. Militärisch kannst du jetzt gegen Türkei machen. Du meinst einen Russland-Boykott auf türkischer Seite herbeizuführen, ne? Das ist gerade Türkei-Boykott auf russischer Seite gesagt. Entschuldigung, also dass die Türken nichts mehr mit den Russen machen. Das war eigentlich der einzige Weg. Also wenn es eine USA-Verschwörung gab, dass wir da ein Erdbeben initiieren, damit wir die Türken dazu bringen, also das erklärt sich von sehr... Also das macht schon Sinn auf der... So entstehen ja immer Verschwörungstheorien. Es ist immer, du hast ein Ereignis, was stimmt, faktisch. Erdbeben kaputt. Und dann Wissenslücke und dann Ereignis. Du hast Erdbeben, Finnland kommt in die NATO, Erdogan unterschreibt und Sanktionen werden in der Türkei durchgesetzt. Dazwischen sind ein Monat. Und dann hast du natürlich... Okay, das ist schon seltsam. Kausalität ist schon bitter. Eine Verschwörungstheorie ist ja eigentlich nur eine aufgepimmte Theorie, die sich immer mehr experimentellen Gedanken und weniger zu dem Zeitpunkt verfügbaren Fakten bedient. Und manchmal geht sie auf als, oh ja, krass, das war früher eine Verschwörungstheorie und jetzt nicht mehr. Aber meistens ist sie halt an den Haaren herbeigezogen. Deswegen heißt es ja Verschwörungstheorie. Genau. Natürlich gibt es eine gewisse Quote und Dunkelziffer, wo die Sachen dann aufgehen. Denk mal an Saddam, Alter. Weißt du? Genau. Wo man sich heute aus der heutigen Perspektive denkt, was hat der Busch da für einen Mist gemacht? Aber damals war das so, klar sind da dummer, Matake. Weißt du, was ich meine? Nee, nee, das hat man damals schon gewusst. Das war das Krasse. Das war ja das Verrückte. Deswegen hat ja die UN nicht dafür gestimmt. Ja, die UN, aber ich rede ja von so Inland. Der hat das schon USA ja durchgespinnt, weißt du? Ja, ja, das war heftig. Das war richtig krank. Aber das Verrückte ist halt, diese Power von den Sanktionen, das was keiner so wirklich checkt. Das, wenn die sagen, so chinesische Währung. Diese Währung ist halt so faszinierend, wie die USA mit so einem schnippen. Man checkt ja nicht mal, wie das SWIFT-System funktioniert so richtig. Also SWIFT ist ja, du kennst es ja SWIFT, dieses, wenn du Banküberweisungen machst. Wie das ja eigentlich funktioniert ist, dass die USA de facto immer der Zwischenhändler sind, wenn du eine Überweisung machen willst. Es ist angenommen, du in Marokko mit deinen Dirhams willst einem Thailänder in Bad überweisen. Wenn du es dem regulären Markt überlässt, funktioniert die Transaktionen ja nicht. Und du wirst niemals in Thailand immer Leute finden, die zufällig Dinar in Marokko brauchen. Diese beiden geben in den Dreck auf diese Währungen. Das heißt, du kannst die Währungen nicht miteinander kompatibel machen. Zumindest nicht an dem Ort, wo du gerade bist. Genau, so müsstest du immer hinfliegen. Ja genau, es gibt ja theoretisch, gäbe es ja Handelsplätze dafür oder du könntest es rein hypothetisch an der Wechselstelle am Flughafen machen. Aber das ist ja nicht kompatibel mit deinem Alltag. Du kannst ja nicht im Alltag jedes Mal, naja stimmt, in Marrakesch gibt es einen Flughafen, da gehe ich jetzt kurz hin, Bad tauschen. Weißt du, was ich meine? Also im Alltag ist es nicht möglich, ohne diesen kleinen Hebel, den die Amis da anbieten. Genau, so das heißt, Zwift-System ist, okay Leute, wir sorgen dafür, dass weltweit jeder handeln kann. Und folgendes, der Marokkane, statt dass du jetzt einen Thailänder suchst, der rein zufällig Marokko Urlaub machen will, nehmen wir alle Währungen an. Das heißt, du nimmst deine DINAs, wechselst die in den USA in Dollars, Dollar, also marokkanischer Geschäftsmann, ich, Marokko, Arganöl-Business, geht zur marokkanischen Bank, mach ein D-Harm-Konto auf. Diese marokkanische Bank, damit die überhaupt sich Bank nennen darf, international, muss ein Bankkonto bei einer amerikanischen Bank eröffnen. Das ist ein sogenanntes Dollar-Konto. Machst du es auf, dann die Amis, und jetzt kommt es der Thailänder drüben, der mein Arganöl kaufen will, braucht bei sich in Thailand eine Bank, wo es Bad gibt, und diese Bank braucht dann auch wiederum bei der US ein Dollar-Konto. Was dann funktioniert ist, ich habe meine D-Harms, ich muss dem das überweisen, D-Harm. Okay, Gabriel, was ist der Preis? Machen wir. Und was dann passiert ist, in dem die D-Harms, D-Harms werden in Dollar umgewandelt, die Dollars werden an das thailändische Konto überwiesen, das wird in Bart überwiesen, und dann hat der Typ seine Bart. So funktioniert SWIFT. Und so funktioniert der ganze Welt Handel. Und das Problem ist, diese Macht, diese Power von diesen Amis ist natürlich zu sagen, hey, wisst ihr was? Wir stoppen diesen Zwischenstopp. Dann bist du auf einmal wie auf einer finanziellen, einsamen Insel. Das haben die mit den Russen gemacht. Dass sie gesagt haben, okay, diese Konten frieren wir ein. Und wenn die eingefroren sind, du die nicht mehr benutzen kannst, egal was da gerade für ein Konto drauf ist, funktioniert dieser ganze Wechsel nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt ein Marokkaner wäre, der Sanktionen hat, kann ich nicht mehr diese Diererhams in Bart umtauschen. Ganz Business-Gefekt. Jetzt muss ich den separat anrufen und sage, Gebrillen, Dollars habe ich leider nicht mehr. Was kannst du noch rezeptieren? Gebrillen. Dann sagt der, Gold. Dann muss ich da Gold mit so Post dahin schicken. Und wenn die Post auch sanktioniert ist, stehe ich da und muss mein Arganöl schlürfen und bin in Embryostellung. Muss mich dann privat mit dem irgendwie treffen. Und das ist die Power der Dollars. Die dann immer sagen, oh, du kannst keine Dollars mehr benutzen. Zack, du bist einfach eingefroren, da wo du gerade bist. Und was das Ganze natürlich richtig pervers macht, wenn du richtig am Arsch bist, ist, weil die meisten Rohstoffe, die du fürs Leben deines Landes brauchst, sind nur in Dollar abwickelbar. Weizen, Soja, Rohöl. Wenn ich ein Präsident bin und ich brauche Rohöl, um hier Leute am Laufen zu bringen und habe jetzt Sanktionen auf mein Dollarkonto, dann kann ich nicht mal mehr mein Volk ernähren. Es wird alles in New York, Chicago und so gehandelt. Genau, ein Dollar. Nicht Halbleiter, Halbleiter vielleicht auch oder Poster oder sowas, das auch, aber dieses existenzielle Grundbedürfnis, Güter, die werden in Dollar gehandelt. Wenn der Ami sagt, du hast keinen Zwift mehr, dann bist du, jetzt kommt es auf dein Land an. Das heißt, angenommen, ich bin Russland, dann könnte ich das ja alles einstecken. Eigene Währung. Den größten Handelspartner neben, nicht Währung, sondern ich habe ja Öl bei mir, ich habe Gas bei mir und ich habe Essen bei mir. Zack, da bin ich wie Wing Chun, ich kann abblocken. Der Ami sagt, du darfst keinen Dollar mehr benutzen. Okay, ich esse Galpiz Diät. Ich habe Öl, ich habe das, ich habe Gold. Kein Problem, wir kämpfen weiter. Aber wenn ich jetzt fucking Chibuti wäre, straight up verhungern. Wenn ich Deutschland wäre, würde ich straight up verhungern. Ja, ich wollte gerade sagen, und eigene Währung, weil du hast ja in Deutschland theoretisch Euro, mit dem könntest du ja in den Nachbarländern noch agieren, ne? Weißt du was? Genau, das schon, aber keines von den Nachbarländern hat, müsste ja ganze Eurozone einfrieren. Genau, müsste ganze Eurozone einfrieren und das ist so witzig, wenn man dir anguckt, wie viel der weltweite Tagesgeschäft mit Währung funktioniert, ist ja selbst in der Eurozone ist Dollar die Mehrheit. Das ist crazy wegen den Banken. Wenn die Banken was hin und her überweisen wollen, überall die ganze... Aber der Euro wäre ja eigentlich stark genug, um auf Zwift zu scheißen, was eigenes zu machen, verstehst du? Theoretisch schon, aber er muss die Rohstoffe in Dollar kaufen. Ah, das ist der Arschfick. So oder so? Aber theoretisch, wenn Russland irgendein fresher, linker, netter Bursche an der Machtverstadt Putin, man die Rohstoffe von dort kriegen würde, könnte man Euro attackieren lassen, weißt du? Euro als Leitwährung. Genau, Russland in die EU. Du brauchst nur jemanden, der die Rohstoffe gibt und dann könntest du theoretisch attackieren. Dann ist... Also das wäre... Genau, rein hypothetisch. Genau, so funktioniert jetzt aber die... Wenn der Euro die neue Leitwährung und der Dollar müsste dann bei uns so ein neues und kleines... Genau, und dadurch hat halt die... Dadurch, dass du immer diese Nachfrage an Dollars hast, durch alle Seiten, einmal durch die Swift, einmal durch Petrodollar, einmal durch Petro... Ne, nicht Petro, Weizen, was rede ich da? Petrodollar, Petrodollar, Weed-Dollar, Sojadollar, dann habe ich natürlich immer so eine Flut, wo meine USA-Banken immer von Dollars überflutet werden. Und die können dann natürlich viel günstigere Kredite und Wirtschaftswachstum dann kreieren. Das ist der Vorteil, der finanzielle Supermachtstatus. USA ist so, wenn ich ein Marokkaner bin, habe ich nur das, was mein Volk produziert. Was er, wenn wir, wäre mein Ziegen, Aganöl. Das heißt, Aganöl und Ziegen, der Verkauf von denen ist direkt damit gelingt, ob ich Devisen kriege. Bei den USA, die kriegen ja nebenbei die ganze Zeit Devisen. Och, ist nochmal doller. Ach krass, wo kommt das denn her? Und du brauchst ja Devisen für die Ziegen. Nein, kommt drauf an, wenn du so ein... Genau, du hast recht. Das ist Dollar. Das ist jetzt Swift. Und dann gibt es das andere, das nennt sich Currency Swap Agreement. Das ist jetzt Face to Face. Das heißt, angenommen, ich bin jetzt sanktioniert, jetzt wird es faszinierend. Deswegen ist Iran und Russland auf einmal. Du merkst ja, diese Sanktionierten rücken ja immer nah beieinander. Russland zusammen mit Iran, Nordkorea zusammen mit Russland. Und so, das heißt die, warum? Kannst du die Sanktionierten nennen oder halt die totalitären Staaten, weißt du? Ja, totalitär, was auch immer. Nee, Türkei ist ja genauso sanktioniert. Richtig witzig auch. Türkei ist auch sanktioniert, weil die Luftabwehrsystem, also, darüber haben wir ja geredet, diese Stanax, kennst du ja noch diese Interoperabilität von meinen Waffen. Meine Kalaschnikow muss mit deiner Kalaschnikow funktionieren. Denn wenn wir an einer Front sind in der NATO, Rücken in Rücken, müssen wir uns theoretisch die Waffen zuwerfen können. Und dann müssen wir die immer gleichzeitig benutzen können. Gleichzeitig. Und, ähm, aus Raytheon und so Interesse, das ist natürlich wieder ein Business, ist es ja gut, wenn wir gegenseitige Produkte haben. Das heißt, dein Xbox-Controller muss mit meiner Playstation-Controller kompatibel sein. Das ist quasi NATO. Dann kannst du beitreten. Nee, eigentlich ist NATO, alle haben eine Xbox und die Russen haben eine Playstation. Das ist NATO. Ja, ich bin noch eine abstrakt Ebene höher gegangen. Ach so, dass sogar Xbox und Playstation beide miteinander kompatibel sein müssen. Korrekt. Das ist ja Raytheon, Rheinmetall, wenn die gleiche Produkte produzieren. Ich weiß, das ist quasi wie so ein Standard wie USB-C-Kabel bei allen Handys. Bam. Danke. Grüßlich. Verschiedene Hersteller, gleiche Kompatibilität. Korrekt. Gleiches Betriebssystem vielleicht sogar. Korrekt. Und jetzt aber das Geile bei Huawei, dadurch, dass ich mich noch erinnern kann, bei Huawei. Huawei zum Beispiel hat ja de facto Hardware-Technik bessere Handys als iPhone. Bessere Kamera, besseres... Besten Kameras hat, glaube ich, sogar Google Pixel. Die besten Kameras von allen Herstellern. Da habe ich die Tage noch was gelesen. Ja, jetzt, aber ich gehe jetzt schon Huawei P40 Pro. Hat ja die krankesten Kameras. Und die hat natürlich Google-Betriebssystem und sowas. Worauf ich hinaus will ist, wenn wir interoperabil, interoperabel sind in einer Firma. Das macht ja auch Sinn. Jeder Laptop braucht dieselben Microsoft-Office-Systeme. Es bringt nichts, wenn du auf einmal Pages benutzt, aber dein Kollege kann es nicht öffnen. Wenn jemand Pages schickt, das ist sofort eine Kündigung hinterher. Zurecht. Komplett zurecht. Das heißt, du musst den dann schicken. Das selbe ist mit NATO. Aber jetzt ist... Pages musst du auch bei mir öffnen können, weil ich bin ja Raytheon oder angenommen Rheinmetall oder Französische, die auch Waffen verkaufen. Die sagen natürlich, sacrobleu, unsere Sachen müssen auch zusammenpassen. Wir wollen auch verkaufen unsere Jet und so. Und dann sagen die Amis, okay, er ist lachkistig. Und die Konkurrenten, die größten weltweiten Konkurrenten von Xbox und Playstation, das sind dann die Russen, die auch eigene Waffen haben, die natürlich nicht operabel sind. Aber jetzt ist Türkei in dieser Situation gewesen, dass sie die Wahl hatten, laut NATO, zwischen iPhone und Samsung. Aber jetzt wird es pervers. Dadurch, dass die einen Konflikt mit Griechenland haben und Griechenland hat ja dieselben Auswahlmöglichkeiten, dass die sagen, okay, du bist mein Konkurrent, ich bin jetzt deine Nachbaragentur und ich versuche, deine ganzen Künstler rüber zu sneaken, ich versuche, dich zu vernichten. Und wir beide haben die gleichen Interoperabilitätsstandards. Das ist wie wenn Bugatti mit Lamborghini konkurriert, obwohl die beide unter VW sind. So, eigentlich kämpfen die für dasselbe, aber wir haben jetzt Stress untereinander, weil du hast ein Modell gebaut, Lamborghini, du Penner, was ich Bugatti eigentlich bauen wollte. Du musst dich vernichten. Das heißt, ich gucke, was sind meine Waffen, das heißt, kann ich mit iPhone vernichten, aber ich weiß, dass du das selber hast. Was passiert denn automatisch? Du guckst, gibt es denn außerhalb meiner Vorgaben ein Handy, was schneller funktioniert, was aber nicht von ich hier in meiner Auswahl ist. Guckst du, ist ein bisschen wie ein Tellerrand. Dann rufst du die Russen an. Wortwörtlich war es ja folgendes. Russland, ne, Türkei, Griechenland, kennst du ja, diese scheiß Inseln. Vorgespult, Ende. Wichtig, es sind Inseln, das heißt, es ist ein Luftkampf. Luft, 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 Luft. Und dann Schiffe. Luft, Schiffe. Jetzt kommt es auch an, Luft muss ich beherrschen. Was brauchst du da? Luftabwehrsysteme. Wenn ein Griechen rüberfliegt, flog weg, wenn ein Türkei rüberfliegt, weg. Das heißt, die Griechen haben dann Patreon-Systeme bekommen, das muss jetzt die Ukraine auch haben. Göstlich, iPhone. Das heißt, die Türken sagen natürlich, okay. Das heißt, würden die einfach so ein Musilago nehmen, aber so Technik nehmen von irgend so Militärfahrzeug, was in den Labogini Musilago so einbauenmäßig, ne? Ganz genau. Was eigentlich gar nicht innerhalb vom VW-Konzern zulässig ist. Musilago fährst du? Jetzt passt es ja noch. Jetzt ist es noch, ich benutze ganz normal, was VW-Motoren sind. Jetzt ist es ganz normal. Mit Griechenland, aus griechischer Perspektive. Griechenland ist meinetwegen Bugatti Veyron und Türkei ist Lamborghini Musilago. Korrekt. Sehr gut. Das ist mega. Und jetzt habe ich aber gehört. Viel zu teure Autos für diese Länder, aber scheiß drauf. Ja, passt schon. Weil die haben ja im Budget auch. Ich glaube, ganz Griechenland, wenn du das ganze BIP nimmst, kannst du einen Musilago kaufen. Vielleicht. Aber dieser Musilago, wir nehmen den jetzt. Aber ich will jetzt den schneller machen, mehr PS, damit ich einen Preisvorteil habe. Und dann erfahre ich auf einmal, dass Lada in Russland, warum auch immer, haben krankesten Motoren, die aber nicht von meinem Konzern sind. Aber mein Produkt hätte dann einen Vorteil gegenüber diesem Penner hier nebendran. Da musst du dich entscheiden. Nationalinteresse versus Konzerninteresse. Ich bin immer noch Bugatti, aber das Beste für mich. Ist die Firma Lada? Lada, genau. Das ist die von Russland, die Autos. So, worauf will ich hinaus? Ach, krass. Genau, das heißt die Idee. Oder ist aber eine reine russische Marke, die es nur im russischen Markt gibt. Ja, genau. Ist ja nicht interoperabel und so. Die haben ja kein Freihandelsabkommen und so ein Kram. So, auf jeden Fall, long story short, die Türken, was die gemacht haben, war folgendes. Daran sieht man, wie pervers dieser Industrial Complex ist. Die Griechen haben hier die Rückendeckung bei einem potenziellen Krieg mit den Türken von den Franzosen und von den Armys. Das heißt, die Armys, Griechen, die sind güstlich. Türkei, nicht güstlich. Griechenland hat keine Wahl. Was auch immer passiert, die müssen sacken. Türkei, wie gesagt, denk an den Moderator, der in Rente geht. Türkei sagt, okay, ich muss hier diese vercorrecte Nachbarschaft um mich herum von den Moderatoren, die eh bald in Rente gehen, alle um mich herum. So acht Frank Elstners. Gute Typen, aber zu alt quasi. Genau, die die alle an die Wäsche wollen, weil die nicht als Konkurrenten sehen. Die sind zwar im Sterben, Griechenland jetzt ökonomisch, demografisch, ökonomisch, haben die ja nicht den Hauch einer Chance gegen die Türkei. Die Türkei muss nur warten und dann kriegen die alles. Aber das Problem ist, dass, wenn die bis... Griechenland hat nicht mal einen Bugatti-Viräu, die haben einfach nur einen Bus und Türkei hat schon diesen Lamborghini. Ja, aber das Problem ist, der VW-Konzern ist ja, Lamborghini ist so deren geschütztes Kind und die haben Angst, dass Bugatti eigenständig wird, weil die raus wollen aus diesem Konzern. Dass die Angst haben, diese Bugatti macht so viel Umsatz, viel mehr als Lamborghini und wir. Die haben Angst, dass er in Zukunft, wenn diese Umsatzzahlen so weitergehen, dass er zu mächtig ist und dann eigenständig wird. Und dann ist unsere Vormachtstellung auf dem Markt gefährdet. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, die Griechen kaufen Patriot-Systeme. Türkei sagt, okay, wir kaufen auch Patriot-Systeme und dann haben die gesagt, gab es Komplikationen, weil die wollten wenigstens aufrüsten. Dann dachten die irgendwann, okay, scheiß mal da drauf gucken, mal gucken, ob es was Besseres gibt. Und dann war das S-400, heißt das, dieses Luftabwehrsystem von den Russen. Beste der Welt. Beste der Welt. Ist aber nicht erlaubt in der NATO. Türkei sagen, to get them, wir bereiten uns auf diese Griechen hier vor. Wir wollen natürlich besser sein. Für einen potenziellen Konflikt, wo es um unser Überleben geht, wollen wir jeden Vorteil haben, den es gibt. Haben bei den Russen das S-400 bestellt. Beste Abwehrsystem der Welt. Alle in der NATO sind ausgetickt, vor allem die Armies, vor allem Raytheon. Die haben wir schon ein paar Mal erwähnt, weil die gesagt haben, ey nein, die müssen uns das kaufen. Das haben wir hier, diesen Regeln von der NATO, die unabhängig von uns formuliert wurden. Der Wirtschafts-, der Defenseminister, kennst du diese freshy-Schwarze? Der war früher Raytheon-Mitarbeiter sogar. Todeswitzig. Natürlich. Jetzt werden immer noch seinen Mitarbeiter-Personalausweis hier, um das Weiße Haus einzuschicken zu checken. Ganz wichtig, Und dann haben die die Safca-Sanktionen bekommen, die Türken das erste Mal. Dass die, wenn du mit einem Konkurrenten agierst, haben die spezielle Sanktionen dafür, wenn du mit einem Konkurrenten agierst, Rivalen nennen die das natürlich, mit einem bösen Burschen, dann geben wir die Sanktionen, dass du dann nichts mehr haben darfst. Und dann haben die unter anderem Jets und so was, weitere Waffen dann nicht mehr bekommen. So, das war die ganze Story, warum die Türkei eh schon die ganze Zeit so ein Sparrings-Partnern sind. Weil, denk dran, alle anderen sind kurz vor Rentner und die können froh sein, eigentlich was abzukriegen. Die Türkei lauert einfach nur. Die Türkei lauert, kämpft und die Franzosen auch. Aber jetzt haben sie aufgegeben, Last Minute. Wahrscheinlich könnte sein wegen Erdbeben. Heftig. Du bist echt gut geblüht. Ich hab darüber noch nie nachgedacht. Aber das haut hin, Alter. Ja, für mich war das vollkommen offensichtlich. Und was schon offensichtlich ist, dass wir unseren Werbepartner der Woche noch nicht vorgestellt haben. Stimmt, das ist schade. Das sollten wir kurz noch machen. Absolut. Bevor die Russen uns sanktionieren. Sollen wir denen vorstellen, ne? Absolut machen wir. Vitamin X Werbung. Diese Folge Vitamin X wird präsentiert von EG1. Deiner täglichen Routine mit 75 Mineralien, Vitaminen und lebenden Kulturen. Ganz wichtig auch die B-Vitamine, die sehr wichtig sind für eine gute geistige Fitness. Vor allem als Fastenzeitüberbrücker. Gebröhn, was hältst du davon? Ja, EG1, was steckt da eigentlich genau drin? 75 hochwertige Inhaltsstoffe, hat es dem schon gesagt. Vitamine und so weiter. Es hilft dir einfach, Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Ich hab's ja dank Salim, der das seit Jahren nimmt, auch seit einigen Wochen intus. Geiles Zeug. Mir geht's auf jeden Fall deutlich besser als vorher. Und das Ding ist, wenn ihr bestellt, kriegt ihr nicht nur diese freshe Dose mit einer Ladung jeden Monat, sondern ihr kriegt auch einen Messlöffel, ihr kriegt so kleine Travel-Packs, ihr kriegt Vitamin D3, K2, ihr kriegt alles, was man eigentlich braucht, um direkt loszulegen. Ihr braucht eigentlich nur noch kaltes Wasser. Und das Gute ist, wenn es euch nicht gefällt, gibt's 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Einfach durchtesten und wenn es nicht zufrieden ist, Geld zurück ohne irgendwelche Fragen. Genau, bestellen könnt ihr auf www.athleticgreens.com slash vitamin X. Ich wiederhole nochmal www.athleticgreens.com slash vitamin X. Den Link findet ihr überall in der Podcast-Beschreibung, bei allen Audio-Plattformen hier unten, bei YouTube unten in der Beschreibung. Zuschlagen, attackieren. Vitamin X, Werbung, Ende. Genau, das Wichtige ist halt, Türkei muss halt jetzt überleben, gebrillen, hoffentlich, inshallah, gibt's keine Erdbeben da mehr, dann blühen denen auf jeden Fall eine künstliche, künstliche Zukunft. Hast du nicht, was der Habe gemacht hat, dass er da jetzt auch Firmen anreizt, dass die da in der Ukraine investieren sollen, auch aufbauen sollen und so, hast du das mitbekommen? In der Ukraine ansiedeln, was? Genau, die wollen da neu investieren, die haben jetzt ungefähr so die ersten... Aber ist nicht noch ein bisschen too early, müssen die nicht erst mal dieses Problem lösen? Hätte ich mich auch gefragt. Jetzt macht ja gar keinen Sinn, wenn da nix mehr ist, irgendwo nach Charkiv und wie diese ganzen armen Städte heißen, die zerbombt sind, da Firmen aufzubauen. Das ist ja wirklich so wie bei Tetris, wo du immer von vorne anfängst. Der Habeck ist ja hingefahren, hat die ganze Zeit sich entschuldigt, dass die Deutschen nicht genug leiden, das tut ihm sehr leid, dass die Hilfen so jämmerlich sind, hat er sich richtig tief entschuldigt und hat dann gesagt, keine Sorge, wir haben Sorgen dafür, dass hier alles neu aufgebaut wird, Investoren herholen. Das während des Krieges noch schon stramm, hat, das habe ich mich auch... Aber will er es jetzt mal oder in Zukunft? Ich meine, in Zukunft macht es ja total Sinn, aber nicht während da noch, weißt du? Das frage ich mich, hat er gesagt in Zukunft oder hat er gesagt nächsten Dienstag? Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dass er sogar gesagt hat, er deckt mit Steuergeldern Schäden ab, die vom russischen Militär entstehen. Ich will ganz kurz sicher gehen, Habeck? Neue Firmen? Steuergelder? Ich habe davor noch nichts gehört, ehrlicherweise. Kriegsschäden. Sie haben gesagt, Sie wollten erst wieder in die Ukraine fahren, wenn Sie etwas mitbringen können. Hoffnung machen auf Wiederaufbau nach dem Krieg. Wie viel Hoffnung können Sie denn da jetzt heute machen? Also vor allem gibt es eine große Entschlossenheit in dem Land. Das große Wort, über das hier alle reden, ist Early Recovery, also Wiederaufbau anfangen, obwohl der Krieg noch andauert und natürlich die Gefahr von Raketenangriffen nicht füllständig gebannt ist, obwohl sie deutlich zurückgegangen sind, auch wegen der militärischen Technik, die wir bereitgestellt haben. Und ich glaube, deswegen passt es ganz gut. Ich bin ja mit einer Wirtschaftsdelegation hier die erste Deutsche, wahrscheinlich die erste überhaupt. Und das wird interessiert aufgenommen, ja mehr. Die Minister freuen sich, jetzt potenzielle Investoren zu treffen. Welche konkreten Investitionsentscheidungen gibt es denn bereits? Also zwei sind im Vorfeld quasi getroffen worden. Einmal, ich glaube, das darf ich sagen, Bayer, der deutsche Pharma- und Chemiekonzern, wird hier 60 Millionen investieren. Und dann ein Unternehmen, das hier schon in der Ukraine ansässig war, Fixit, heißen die, die machen hier Baustoffe, werden ihre Kapazitäten erweitern, quasi verdoppeln. Das wird auch dringend gebraucht, denn wenn man sich anschaut, was ist jetzt das Erste, was gemacht werden muss, ist halt die Reparatur von Gebäuden und Straßen und Brücken. Und wichtig daran ist, dass wir ein Instrument einsetzen, das wir normalerweise nicht für Kriegsgebiete vorhalten, nämlich eine Investitionsgarantie aussprechen. Und das gilt auch für andere Unternehmen. Sollte dieses Fabrikgebäude zerstört werden, durch Raketenangriffe beispielsweise, garantiert oder haftet der deutsche Staat. Das machen wir natürlich normalerweise nicht. Das ist viel zu gefährlich, aber in diesem Fall machen wir das und deswegen investiert Fixit ebenfalls. Also entweder ist das der krankeste Deepfake, den ich jemals gesehen habe, oder ich kann dieses Geschwurbel von Verschwörung von nicht mehr unterscheiden, oder wir sind tatsächlich, wie du vorhin gesagt hast, Verschwörung brauchen wir in ein paar Jahren. Ich habe eben gedacht, du hast es erfunden, ne? Genau, aber es ist ja wortwörtlich. Normalerweise mal kommentiert. Das muss man ja gar nicht mehr kommentieren eigentlich. Das ist ja wirklich, das ist ja krasser als alles, was du da hättest ausdenken. Also wenn das kein Deepfake ist, bitte mal prüfen. Wenn das wirklich echt ist, suchen wir dieses, also es muss echt sein, ich meine, das ist ja im Interview. Tagesschau, ist ja Tagesschau. Dieses Interview möchte ich mir nochmal aus der Tagesschau angucken, nicht von TikTok. Und dann müssen wir das hier unten anpinnen. Das ist ja wirklich krass. Aber ich kann verstehen, dass ihr das macht. Also nicht aus wirtschaftlicher Sicht nicht, aber dieses Zeichen zu setzen für die Ukraine, einfach nur für die Menschen, die da gerade unter Krieg leiden, ist natürlich, also menschlich stark, wirtschaftlich schon krass. Vor allem wenn ich jetzt Putin wäre, würde ich ganz gezielt versuchen, diese Gebäude abzuschießen, weil damit schadet er direkt Deutschland. Wenn ich Putin wäre, würde ich nur noch diese Gebäude abschießen. Ja, ich habe es hier nochmal auf dem Tagesschau-Channel gefunden, ja. Heftig, Bruder, heftig. Ich liebe diese TikTok-App. Oh, TikTok, wenn man einmal weiß... Ich würde niemals Nachrichten da gucken, weil du weißt nicht, was aus dem Zusammenhang geschnitten ist. Nein, 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 ich weiß folgendes. Ich weiß ja, wie Informatik funktioniert. TikTok ist ein... Das habe ich gesehen die letzten Tage. Genau, also TikTok ist so ein gefährlicher, zu bändigender Algorithmus, weil er deine Interessen... Er ist toxisch ohne Ende, der gibt dir nur noch deine Bubble halt. Nein, genau, aber wenn du deine Bubble programmierst, das Gute ist ja, er nimmt ja die Daten auch aus deinem WhatsApp und so, er nimmt ja Daten von allem. Nicht nur das, was du auf Dings machst, sondern auch... Das erklärt auch, was er mir anzeigt die ganze Zeit. Genau, bei dir sind nur Titen und Popo. Nee, gar nicht. Bei mir ist nur Fußball... Also ich habe das komplett... Also mein Algorithmus ist Fußball, Creator-Shit und Comedy. Bei dir ist ja nur Politik und Geopolitik. Genau. Bei Salim werden die ganze Zeit nur seine eigenen Sachen angezeigt. Also Salim ist quasi sein eigener Algorithmus. Genau. Die ganze Zeit nur Leute, die ihn so, wie nennt man das, reposten, wo man so remixen. Also das finde ich grandios. Also ich bin kurz davor, wieder so ein 60-Sekunden-Video darüber zu machen, mit dem haftet für Kriegsschäden. Weil diese Sache, die man verstehen muss, ist folgendes. Das Problem ist aber, wenn du so ein Video machst, ruf direkt wieder irgendein Sender an und sag dir, den Cameroin müssen wir canceln. Das Problem ist ja, wir wissen ja alle, die wirklich eine ganze Podcast-Folge hören oder mehrere, dass Salim weder ein Verschwörer noch ein Schwurbler ist, noch extreme Tendenzen irgendwie hat, sondern einfach nur guckt, was geht gerade aktuell ab und dann versucht er, das in einen geopolitischen Kontext zu setzen. Wenn ich das Video von Habeck posten würde, würden die sagen, wir haben auch mit diesem Geschmurblein. Wenn du eins zu eins wortwörtlich das sagen würdest, wärst du sofort gecancelt. Nee, wenn ich das posten würde. Weil die denken würden, das ist Verschwörung. Weil das kann man, ja, ich sag ja, das Problem ist aber auch, guck mal, was du an hast, diese Badehose, diese Che Guevara-Friese, dann, du kannst dich halt zu gut artikulieren für Politiker, das kommt auch noch dazu. Ich wäre da besser, ich sage ab und zu noch M, aber bei dir sind ja kein M, kein Gestotter, nichts. Du redest viel zu flawless, du wirkst wie so ein Board, den man programmiert hat, weil du viel zu intelligente Sachen sagst und zwischendrin ist dann ein kleiner Fakt, der nicht stimmt, zack, bist gefiegt. Genau. Also du bist wirklich eine wandelnde Zeitbombe, weil du der Zeit voraus bist. Aber dann fokussiert man sich auf so Rechtschreibfehler oder so Komma-Fehler oder so Neologismen und dann so vier bis sechs, drölf, drölf ist gar keine Zahl. Schauen wir mal, zählen wir mal ganz kurz bis zehn. Ein, zwei, siehst du hier, drölf ist keine Zahl, also ist der bestimmt ein Depp. Aber hilft nur Schrotflinte in den Mund und dann... Hier, Schrotflinte oder was auch hilft in dem Fall, bevor du Schrotflinte reinmachst, regeln wir ihm noch eine Investitionsgarantie, dass er wieder aufgebaut wird. Hest. Du schießt ihn ab und dann kommt der deutsche Staat. Dass der sich wundert. Wir sind die erste Wirtschaftsdelegation, die hier ist. Und das ist auch sehr seltsam. Nein, Junge. Das liegt daran, dass andere Leute einen Wirtschaftsminister haben, der diesen Titel nicht nur sarkastisch trägt, Alter. Die gucken, was ist Wirtschaft? Was ist das Grundbedürfnis bei Maslow-Pyramide? Sicherheit. Haben wir das in einem Kriegsgebiet mit einem atomaren Supermachtsgegner, was zu jeder Zeit eskalieren kann? Nein. Also ist Grundlage für Wirtschaft nicht gegeben. Ich bin zu 95% bei dir. Aber der Typ? Die letzten 5% sind was Humanitäres. Du darfst nicht diesen empathischen, humanitären und diesen Signalwirkungen, die das vielleicht hat, vergessen. Aber doch nicht Investitionen. Wie gesagt, ich finde es auch nicht gut. Investitionen ist ja Cash. Ich finde nichts, wie gesagt, 95%, deswegen würde ich mich auch dagegen entscheiden, das zu machen, ja. Aber denk an das Signal für die armen Ukrainer, die da verrecken sind. So musst du denken. Das sind deutsche Firmen, die Cash machen wollen, AGs. Die sagen, wir investieren dort und wenn wir ein paar Raketen von Putin abkriegen, haftest du, deutscher Steuerzahler. Eine Ja, das ist ja für den, also genau, das ist ja ein Steuergeschenk oder ein Wirtschaftsankobelgeschenk vom deutschen Staat, damit deutsche Firmen das baut man, weil keine deutsche Firma würde ja ihr eigenes Risiko machen. Es geht um irgendeine Firma, mach doch sowas nicht. Du kannst doch nicht, während die Firmen wegwandern von hier, wegziehen, weil es hier so unproduktiv ist, weil die Energie zu teuer ist, dann kannst du doch nicht in ein Kriegsgewicht gehen und sagen, wisst ihr was, ihr zieht zwar aus Deutschland weg, aber ihr könnt hier aufbauen. Aber das sind Raketen, Alter. Wie sollen wir da was bauen? Wenn ihr getroffen werdet von diesen Raketen, dann haften wir als deutsche Steuerzahler. Hat diesem Typen jemand seinen Helm gesehen? Wo ist denn sein Fahrradhelm? Seine Armbinde und sein Blindenhund? Und seinen Krückstock? Weil der Typ kann doch nicht zurechnungsfähig sein. Das ist sowas zu sagen. Normalerweise machen wir das nicht, aber diesmal machen wir das. Ja, was soll ich sagen, Alter? Wie gesagt... Wie 5%? Humanitär ist was anderes. Das Problem ist, das ist halt ein, glaube ich, ein netter, guter Typ vom Charakter her und der wäre super, um Leuten im, weiß ich nicht, im sozialen Bereich zu helfen. Weißt du, weil er ein gutes Herz hat. Offensichtlich. Er will da helfen an der Stelle, wo es aus allen wirtschaftlichen Gründen und dieser Kriegssituation, weil die Gefahr so hoch ist, keinen Sinn macht. Er will trotzdem helfen, weil er, so wie ich zum Beispiel, das Herz am rechten Fleck hat. Nur darfst du so jemanden wie ihn oder wie mich dann auch nie zum Wirtschaftsminister machen. Nein, nein, kannst du ruhig machen, aber wichtig ist, dass die Kreditkarte, die du hast, die muss... Er ist ein guter Sozialminister, glaube ich. Nein, nein, er wäre ein guter... In Deutschland, Inland. Nein, nein, nein. Er wäre ein guter McDonalds-Mitarbeiter, weil bei McDonalds kannst du nur das über die Theke geben, was da im Lager ist. Und wenn nicht, dann bekommst du ja von so einem Afghanen so einen Box in den Nacken, wenn irgendwas nicht passt. Aber du kannst nicht mit so einer Kreditkarte von jemand anderem... Also, es gibt nicht mal eine Analogie, die mir gerade dazu einfällt. Also, das ist ja wirklich... Ich brauche wieder 17 Liter AG1, um mich davon zu beruhigen gerade. Weil ich habe, als ich es ausgesprochen habe, bevor ich es gefunden habe, war ich so... Ich habe das doch gerade nicht wirklich gesagt. Jetzt verliere ich safe wieder fünf Mixshows. Allein schon, weil ich das gerade gesagt habe, dass ein deutscher Minister für Kriegsschäden in einem aktiven Kriegsgebiet haftet mit Steuergeldern. Das klingt ja... Das ist ja... Xavier Naidu, Hildmann, Oliver Janich und alle anderen Verschwörungs-Avengers, Alex Jones, kannst du alle mitrechnen... Alex mit Johnson, William Wilson. Alle meine erfundenen Characters können sowas nicht erfinden. Wir haften mit Steuergeldern für deutsche Firmen, wenn Raketen einschlagen, in einem aktiven Kriegsgebiet. Sowas kannst du ja nicht... Blödsinn, sowas kann man ja nicht erwähnen. Das kann man ja nicht... Das klingt ja wirklich... Ich hätte das nicht erfinden können. Das war höchstes Schwurbeltum, aber halt von einem Minister. Was halt stimmt noch. Das ist einfach eine Schnapsidee, glaube ich, nennt man das dann in dem Fall. Du gibst mir das AG-1, ich hol's ab. Ja. Sofort... Kannst du eigentlich enden mit nem Zitat von Casey Rebel eigentlich, ne? Ist mir eben eingefallen, wo du über Türkei geredet hast. Kann man eigentlich gut abschließen. So auf Habeck bezogen. Wir sind gleich, doch nur der Unterschied ist, dass du wohnst ein paar Straßen weiter. Aber während du dein ganzes Leben lang den Bus immer verpasst, fahren wir weiter. Mein Morsilago, das erste Morsilago.